Etwa 60% des menschlichen Körpers besteht aus Wasser. Darum ist klar, dass Luftfeuchtigkeit so wichtig für unsere Gesundheit ist. Es wurde nachgewiesen, dass höhere Luftfeuchtigkeit die Verbreitung von Viren in der Luft reduziert. Trockene Luft wegen modernen Heizungen kann für trockene Haut, Eczeme und Husten ungünstig sein und Schnarchen verursachen. Der Mikro-Luftbefeuchter hat alles, um die Luft feucht und sauber zu halten. Mit UV-Licht, HEPA- und Kohlefilter und Ionisator. Und Sie können ihn mit der Fernbedienung einschalten und die Einstellungen verändern. Und nachts werden Sie dank Ruhemodus und Nachtlicht ruhig schlafen, weil Sie wissen, dass diese Luft für Sie am besten ist. Spüren Sie die Vorteile einer besseren Luftfeuchtigkeit mit dem Mikro-Luftbefeuchter.